Na ihr Süßen, das hier wird leider so ein Video, ein Video, das schon viele und auch deutlich größere YouTuber vor mir gemacht haben und daraufhin kein LoL mehr hochgeladen haben. Das hier wird jetzt kein Blablabla, ich kann mich nicht mehr LoL identifizieren, alles anders, gucke meine anderen Videos, wenn ich welche hätte. Zu den Gründen kommen wir gleich, lasst mich nur vorab sagen, ich werde noch weiterhin LoL-Videos machen, ich werde allerdings aufhören, regelmäßig jeden Montag hochzuladen. Ich finde, ich bin euch das schuldig, euch im Vorhinein darüber zu informieren, gerade den Membern, wovon mich die ersten jetzt auch schon zwei Jahre supporten. Wenn ich Lust auf einen bestimmten Pick habe, dann werde ich ein Trollometer dazu machen, wenn ich nur LoL spiele, werde ich weiterhin Passiv aufnehmen und Highlights hochladen, wenn sich genug Clips angesammelt haben. Und wenn ich was anderes zockt, kommt darüber vielleicht ein Video. Gut, kommen wir zu den Gründen, fangen wir vielleicht mit dem Tropfen an, der das Fass zum Überlaufen brachte, und zwar der Tweet vom LoL-Dev-Team. Wir hatten zwar angekündigt, Nexus Blitz Ende des Jahres zurückzubringen, aber leider ist da was kaputt gegangen, während wir was völlig anderes gemacht haben. Okay, das ist es noch nicht, LoL Spaghetti kennen wir, daran wird man wenig machen können, ohne gleich riesige Teile vom Spiel neu zu schreiben, oder vielleicht mal Wild Rift als Grundlage zu nehmen und von vorne an zu zupfen, weil das ist eh alles viel besser. Naja, dann ging es weiter. Die neuen ARM-Updates waren unsere Priorität. Okay, das war nicht irgendein Nebenbei-Change aus Jux und Dollerei. Das war deren Priorität. Eine Priorität, die so viel Zeit in Anspruch genommen hat, dass es nicht möglich war, Nexus Blitz zu fixen und Ende des Jahres zurückzubringen. Dann schauen wir uns die Priorität doch mal an. Bei den Türmen wurde die Brücke repariert. Maybe it's just me, aber ich finde, bei der Red Side sieht das extrem scheiße aus. Dann hat Riot es nicht mal auf die Reihe bekommen, die Löcher auch auf der Minimap zu fixen. Ich habe das mal kurz in Paint selbst gemacht, während ich ein ARM gespielt habe. Dann fallen Türme jetzt random nach links oder rechts und hinterlassen dabei Trümmer, die den Weg blockieren. Nach rechts wird der Weg komplett blockiert. Nach links kann man aber weiterhin ins Gebüsch gehen, wo sich mir eine wichtige Frage stellt. Seht ihr das? Seht ihr, wie die Trümmer beim Nach-Rechts-Fallen deutlich länger sind, damit man nicht vorbeikommt im Vergleich zu links, wo das Gebüsch frei bleibt? Warum zur Hölle haben sie die Löcher an der Stelle entfernt, wenn sie dann die Trümmer in eine Richtung länger machen müssen als die andere, um den Weg zu versperren? Das erschließt sich mir einfach nicht, weil das meiner Meinung nach auch giga-shit aussieht, dass die Trümmer nach rechts deutlich länger sind. Und ach ja, die Trümmer sind zu viel fürs Minion-Pething und lassen sich regelmäßig den Umweg durchs Gebüsch gehen. Aber ist ja vielleicht auch intended. Über das neue Gebüsch reden wir übrigens nicht, so out of place, wie das da hingesetzt wurde. Die Hex-Gates finde ich übrigens nice, aber letztendlich muss man da ja auch nur Code kopieren und neue Visuals hinzufügen. Und ach ja, die Community findet die Changes scheiße. Ja ja, Reddit ist nicht repräsentativ, aber normalerweise findet man bei guten Changes von Riot wenigstens ein Appreciation-Post. Hier haben wir hingegen, Aram ist weniger zum Spaß mit den neuen Änderungen. Aram ist tot für mich. Die Updates haben Aram nicht ruiniert, wir wissen nur nicht mehr, worum es in dem Game-Mode geht. Okay, das ist ein positiver, zumindest mehr oder weniger. Naja. Die neuen Champion-spezifischen Buffs sind wahnsinnig. Die so schon enge Aram-Map noch kleiner zu machen, muss der schlimmste Change sein. Aram fühlt sich deutlich einseitiger an und ich vermisse die Bilgewater-Map. Und tut mir leid, ihr das sagen zu müssen, Arnaf 28. Aber die Butchers-Bridge werden wir vermutlich nie wiederbekommen. Denn das würde bedeuten, dass die ganzen neuen Änderungen auf der Map ebenfalls umgesetzt werden müssten. Und wenn nicht mal Ressourcen da sind, Nexus-Blitz zu fixen, und das hier das Ergebnis einer Priorität ist von Riot, dann habe ich wenig Hoffnung. Apropos Ressourcen. Ich bin inzwischen tatsächlich der festen Überzeugung, dass League of Legends auf Minimalbetrieb läuft. Heißt, so wenig Ressourcen wie möglich bereitstellen, ohne dabei den Gewinn durch Skin-Verkäufe zu schmälern. Überlegen wir mal, was wir in 2022 alles bekommen haben. Wir haben 5 Champions, nämlich Cassante, Nila, Bell, Renata und Zeri. Ein Rework, nämlich Udia. Die Aram-Changes, die Riot's Priorität waren. Und für die Pre-Season neue Pinks und einen Drachen, den wir schon mal hatten. Und ach ja, 168 Skins, beziehungsweise 152, wenn man die 2022 Re-Releases der älteren Prestige-Skins nicht dazu zählt. Wenn das also kein gutes Jahr war, um 1595,82 Euro auszugeben, dann weiß ich auch nicht. Okay, äh, ich bin etwas abgeschwommen. Wo war ich? Äh, Minimalbetrieb, genau. An jedem Champion arbeiten ein bis drei Gameplay-Designer. Zwei bis vier Narrative-Writers, die neben Champ-Lore auch Skin-Lore machen. Und Elin Stimmel war davon an jedem Champion beteiligt in 2022. Artwork machen zwei bis vier. Hier wird aber auch outgesourced. Visuals arbeiten meistens mit fünf bis acht Leuten, wobei man auch hier bei mehreren diverse Arbeiten für verschiedene Games sieht. Es kann also gut sein, dass hier auch einfach Freelancer für einzelne Champions dazugeholt werden, die aber nicht langfristig und dediziert für LoL arbeiten. Und ab hier haben wir schon relativ viele Überschneidungen. Zwei Visual-Artists waren sowohl an Zeri als auch an Nila beteiligt. Eine an Zeri und Belle, eine an Renata und Belle, bla bla und so weiter. Dann gibt es noch eine Handvoll Sound-Designer. Da sind die Infos im LoL-Wiki aber leider nicht vollständig. Und ich glaube auch nicht, dass die dediziert an LoL arbeiten, sondern eher übergreifend für alle Games, die Sounds machen. Worauf ich hinaus will. Für alle Champs bzw. Rework-Releases pro Jahr braucht man vielleicht etwa 40 Leute. Wenn man sich die Skin-Releases im LoL-Wiki anschaut, dann sieht man bei den Erstellern auch meistens einen Riot-Mitarbeiter und dazu ein externes Studio. Ich vermute also mal, dass da auch das meiste outgesourced wird. Ja, es gibt noch mehr Leute. LoL hat ein eigenes kleines Balance-Team. Irgendwelche Programmierer müssen ja auch die ARM-Changes umgesetzt haben. Dazu finde ich aber leider nichts. Vielleicht liege ich auch komplett falsch mit der Annahme und an LoL arbeiten 200 Leute. Dann würde ich mich aber wirklich fragen, wo die Ressourcen landen. Guild Wars 2 zum Beispiel hat mit 200 Mitarbeitern seit 2012 nämlich unbeschreiblich viel Content hervorgebracht. Und vielleicht erinnert ihr euch ja noch an die Zeiten, als Riot sich neue Spielmodi ausgedacht hat. Und so unglaublich viele Personen kann man dafür nicht brauchen, wenn man sich mal in den Kopf ruft, dass Teamfight Tactics von 12 Entwicklern in gerade mal 18 Wochen gemacht wurde. Wovon die ersten 8 Wochen nur das Prototyping war, um zu schauen, ob die Idee funktioniert. Danach hat man nochmal von vorne mit anständigem Code angefangen. Ich gehe also davon aus, dass Riot so viele Ressourcen von LoL abgezogen hat, dass wir mehr als 5 Champions, ein Rework und ein paar Pre-Season-Changes pro Jahr nicht mehr bekommen werden. Und die Mitarbeiter stattdessen woanders eingesetzt werden, wo man mehr Geld aus deren Arbeitskraft ziehen kann. Wirtschaftlich betrachtet ergibt das natürlich absolut Sinn für Unternehmen, ihren Gewinn zu maximieren. Aber Game Studios sind nun mal nicht einfach nur Unternehmen. Game Studios schaffen Werke, in die Millionen Menschen ihre Freizeit investieren. Werke, mit denen sich ihre Spieler identifizieren. Wenn Leute ihre Freizeit für etwas nutzen, was ich gemacht habe, was ihr auch gerade tut, während ihr das Video guckt, also außer ihr guckt seine Arbeitszeit, dann bedeutet mir das was. Und ich glaube, dieses Gefühl ist in League of Legends verloren gegangen. Und wenn Riot Games keine Liebe mehr in ihr eigenes Spiel steckt, warum sollte ich das tun? Ein weiterer Punkt, über den ich reden will, wird wieder Leute erzürnen, die Spaß an LoL haben. Und ich darf wieder Kommentare lesen wie, da arbeiten ein paar ziemlich schlaue Leute, die hauptberuflich über das Game nachdenken. Und einen Monat nach dem Kommentar wurde der Chemtech-Drache entfernt, weil zu OP und nicht Balanced war. Aber gut, ich schweife schon wieder ab. Wenn man jetzt bedenkt, dass da schlaue Köpfe hauptberuflich drüber nachdenken, dann kommt man zu drei Konklusionen. Erstens, die Köpfe sind gar nicht so schlau. Auch wenn es dafür Indizien gibt, wie die Patch-History von Zeri, möchte ich das Riot nicht vorwerfen. Sie reagieren manchmal etwas langsam, aber bei 160 Champions mit 100 Items ist vieles, glaube ich, einfach nicht vorhersehbar. Egal, wie viele Erfahrungen man hat, auch wenn es 200 Jahre sind. Und zweitens, sie nehmen das alles gar nicht so ernst. Ein Rioter, ich finde die Quelle leider nicht mehr, schrieb mal, dass sie Sachen lieber erstmal overtunen und im Nachhinein dann anpassen, als sich im Vorhinein zu viele Gedanken drüber zu machen. Was die Community quasi zu einer riesigen Playtest-Gruppe macht. Ist jetzt vielleicht nicht der eleganteste Weg, aber im Grunde in Ordnung. Und es gab ja schon ziemlich lange keine Totalausfälle mehr, wie den Galio, der alle Gegner mit Q1 hitten konnte. Und zu guter Letzt drittens, und den Punkt halte ich für am wahrscheinlichsten, League of Legends ist exakt in dem State, den Riot Games möchte. Jedes Mal, wenn ihr von einem gegnerischen Bruiser 1v1 werdet, der 4000 Gold hinter euch ist, jedes Mal, wenn ihr an einem Minion-Block sterbt, jedes Mal, wenn ein Nahkampf-Auto-Attack durchgeht, obwohl ihr schon geflasht seid, dann passiert das, weil Works es designt. Und meine persönliche Vorstellung von einem MOBA stimmt einfach nicht mehr mit Riots Vorstellung von einem MOBA überein. Ich meine das völlig wertungsfrei, ja. Aber je mehr ich mich mit Videospielen beschäftige, desto mehr merke ich, was ich persönlich in League of Legends anders machen würde. Und das ist inzwischen so ausgeartet, dass ich wirklich auf fundamentalen Ebenen, wie Schadenstypen, die gesamte Art wie CC funktioniert und noch einige weitere Sachen, so eine grundsätzlich andere Meinung habe, dass ein MOBA, wie ich es mir vorstelle, nicht mehr League of Legends wäre. Äh, so. Was will ich hiermit eigentlich sagen? League of Legends hat sich verändert. Ich habe mich verändert. Und die gemeinsame Schnittmenge ist über zwölf Jahre einfach kleiner geworden. Ich werde weiterhin Lois spielen, aber ich werde mich nicht mehr dazu zwingen, irgendeinen Quatsch-Pick auszupacken und zehn Games lang zu spielen, bis ich endlich ein brauchbares Gameplay für den kommenden Montag habe. Für den Dezember hatte ich an einem Abend vier absolute Knaller-Games aufgenommen und mein erster Gedanke dazu war, geil, vier Wochen nicht gezwungen sein, Lois spielen zu müssen. Nächste Woche kommt eine Highlights-Folge mit den Clips, die ich noch bei mir rumliegen habe und ab dann keine festen Uploads mehr, sondern nur, wenn ich was zu zeigen habe, was meistens dann wohl weiterhin noch Lois sein wird. Aber vielleicht auch mal was anderes. Ich arbeite mit einem Freund zum Beispiel gerade in einem Game, zu dem man mal Devlogs machen könnte. Mal schauen. Ich wünsche euch ein wundervolles neues Jahr und bis zum nächsten Mal. Tschüss!